Pfizer und BioNTech treiben die Entwicklung ihres Covid-19-Impfstoffs zum Einsatz bei Kindern unter 12 Jahren voran. Am Dienstag startete die entscheidende klinische Studie der Phase mit Kindern zwischen 5 und 11 Jahren, wie Pfizer über Twitter mitteilte. Im März hatte die klinische Entwicklung begonnen. Insgesamt sollen in allen Phasen der Studie rund 4.500 Kinder zwischen 6 Monaten und 11 Jahren in den USA, Finnland, Polen und Spanien teilnehmen. Pfizer rechnet damit, die US-Zulassung für 5- bis 11-Jährige im September oder Oktober und kurze Zeit später für Kinder zwischen 6 Monaten und 5 Jahren beantragen zu können. In der Europäischen Union, den USA und Kanada ist bereits der Einsatz des Impfstoffs ab 12 Jahren genehmigt worden.